So, willkommen zurück bei Stellaris, dem normalen Hauptspiel. Es kann sein, dass jetzt schon das DLC rausgekommen ist und ich deshalb eine zweite Playlist mit dem DLC, mit den Robotern halt spiele. Ich weiß gar nicht, können wir da Roboter spielen? Ich bin mir gar nicht sicher, um was das DLC so richtig geht. Aber wie gesagt, kann sein das jetzt eine zweite Playlist mit einem ganz neuen Start, wo wir halt keine Katzen sind, sondern irgendwas anderes. So, wir lassen die Flotte reparieren und bekommen jetzt auch wieder ein bisschen mehr Geld. Da denke ich mal, werden wir bald einen neuen Weltkorps kolonisieren. Das ist ein bisschen die Flotte, auf der die Flotte. So, wir müssen mal die Flotte reparieren. Es ist nur ein bisschen die Flotte, aber da gibt es noch einen kleinen Ort, aber was das ist, wenn wir die Flotte vertreten. so ja dann noch mehr ja Projekt erforschen diese giftig so und auf Sirius werden wir kolonisieren und zwar ja so unsere Kolonie wurde gegründet oder fertiggestellt Konstruktionsschiff wo bist du noch mal du bist hier da auflegs mal hier her hier Forschungsgeforscht war noch fröhlich so jetzt schauen wir mal auf diesem Planeten wir sind da fett im Fluch ich würd sagen und erstmal hier nahrung bauen hier gleich ein einfaches Kraftwerk so so Forschungsschiff was können wir mit dir machen und nein System erkunden System erkunden Konstruktionsschiff Basenbergbaustation bau bau hafen bauen wir eine kurvette nochmal ja Forschung läuft noch inaktives Gebäude hier ich weiß was jetzt besser immer meckern erstmal meckern erstmal meckern hm 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 derzeit einfach Forschungsgapor Ingenieur sozial Forschungssozial hm hm so wow machen wir das na da 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 noch nicht System survey complete entfernen hm was System Komplett Waschungsschiff System erkunden was Konstruktion oh Gott das Tor hier hoch dauert ja noch ein paar Tage da so so Baumhafen warte mal Korvetta noch nicht noch nicht Konstruktion Komplett Komplett Kontraktionsschiff auf so 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 hm 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 Panet noch nicht erforscht. Raumhafen. Derzeit zu teuer. Raumhafen Stadtmodul. Kostn, ja. Gut. Wo, wo, wo? Alte Konstruktion? Warum nicht aufgefasst? Raumhafen. Erkundung abgeschlossen. So. Erkundung abgeschlossen. Oh, da dauert immer noch ein bisschen. Wann wurden 30? 60? So, unser Kolonierschiff. Jawohl. Systemesurvey complete. Anomalyse gefunden. Erforschen. Konstruktionsschiff. Neue Forschung. Äh... Bop, bop, bop. Äh... 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 Nachbrenner. Konstruktion complete. Jetzt am schnellsten. Ach, geht im Bau. Hm... Schwächer Kapazität. Schwächer Kapazität. Ach, geht im Bau. Hm... Nachbrenner. Nachbrenner. Interessant. Ähm... Mach das. So. So. Bergfahrtstation. Baah. Logik. Erforschen. So. So. Systeme erkunden. Systeme erkunden. Kommst du noch hier runter, dann Systeme erkunden. Wir sind mit einer leichte Minus. Konstruktion complete. Wow. Konstruktion complete. Was, was, was? Das. Tileblocker cleared. Oberfläche. Reicht noch nicht, gell? Das ist so. Hydrofarm. Brauchen wir überhaupt noch? So, ihr seid immer noch am basteln. Bauen. Kraftwerk. Wecker hat schon wieder geklingelt. Das heißt, folgende Ende. Tschüss und ciao.